Ähm, 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 Alter, was ist denn bei dir los? Ähm, ich meditiere, also hab ich, bis du hier aufgekreuzt bist, in meinem Energiefeld. Und warum meditierst du? Ähm, weil es halt gut für mich ist. Und es reduziert auch noch Stress. Reduziert Stress, hä? Ja. Und hier, wenn du es genau wissen willst, ich werd jetzt ne Meditationsschale. Bei mir gibt's nur noch Zen, Baby. Ah, herzlichen Glückwunsch, alles Gute zur Erleuchtung. Bling, bling, du bist jetzt voll der Pro. Ich hab's ganz nicht umhoch. Alter, das ist doch so, jetzt komm mal wieder, klar. Du bist ein ganz gewöhnlicher Frühstückspot. Und das gehört auch rein. Wieder die Frühstücksrede. Fruit Loops. Ja, sie kommt. Fröhlenflocken. Ah, Schnurr. Du bist so ein Frosties. Weißt du? Coco Pops. Oh mein Gott. Smacks. Hau schon ab. Mein Müsli. Gelassenheit. Abführbrei. Hier, du kannst die Kram auch warm machen. Und so. So heißt es, Müsli. Seine Worte durchbrechen nicht meine Festung des Zen. Drei Käse-Dipp. Geht auf. Oh Gott. Drei Käse-Dipp. Drei Käse-Dipp. Amen.